auf gar keinen fall ich kann ich kann selbst gehen ich muss mich nur etwas auswohnen dann geht es los damit herzlich willkommen zurück zuletzt bei me to exodus abgesehen davon geht es mir gut und die jungs sind hier was geht zurück und hilf stefan meinen vater zu überzeugen wegen katja und nastja ob sie mit uns na gut sonst muss ich erst mal wieder mich orientieren vor allen dingen ach hier ist er durchgebrochen gut dann gehen wir mal zurück oh äh habe ich jetzt ehrlich gesagt können wir noch zu ich glaube dann können wir hier zurück das ist das ladegrill für die tisch das ladegrill für die waffe hilf uns mal der alte lässt katja und nastja nicht mitkommen obwohl katja und sogar gesagt hat wo wir einen passagierwaggon in gutem zustand finden können ich wir so ich werde dich nicht enttäuschen siehst du wie alles läuft mehr oder weniger ich bin schon achso wir müssen sie sich setzen ich dachte wir können ja vorbei gehen wir haben eine gelegenheit die brücke ohne angriff zu überqueren es kommt ein händler konvoi den fluss hoch und die brückenbewohner machen mit ihnen geschäfte also werden wir als händler verkleidet die brücke infiltrieren und sie herunterlassen katja sagt dass sie noch funktioniert wenn wir uns beeilen können sie uns nicht aufhalten sollten sie es versuchen werden sie die brücke trotzdem überqueren egal was diese fanatiker denken sie wollen blut können sie haben also müssen wir jetzt nur noch auf das händlerboot warten herr oberst wir können sie hier nicht zurücklassen sie werden lebendig aufgefressen hast du jemals deinen kopf benutzt weißt du wohin wir fahren was uns auf dem weg dorthin begegnen wird wo bitteschön sollen sie in der ahoa schlafen auf den kohlekisten wir spartaner kommen damit klar aber für eine frau mit einer sechsjährigen tochter ist das inakzeptabel ich gebe ihnen meine matratze und ziehe in den heizraum dann schläfst du beim nächsten wachdienst ein und kriegst die kehle aufgeschnitzt weil du unausgeschlafen bist trotzdem weiß ich dass wir sie nicht zurücklassen können während wir warten können wir doch einfach diesen waggon holen von dem katja uns erzählt hat oder wir können das kind nicht hier lassen und wie lange sollen wir abwechselnd schlafen geht das schon wieder los wie wie sollen wir diesen waggon holen ich werde die aurora nicht dorthin fahren das brauchst du auch nicht ich habe im terminal eine motordreißhine versteckt die kann einen waggon ohne probleme ziehen Artyom und ich können sie holen und damit den waggon hierher bringen klar dass ich wieder raus muss ich lasse dich auf keinen fall gehen zu zweit können wir die reparatur bis zum baum abschließen aber alleine schaffe ich das nicht okay okay dann macht es so ich will ja kein unmensch sein wir holen diesen waggon und wir nehmen die zivilisten mit Artyom kümmerst du dich darum doch und mich wenn der konvoi in sicht lässt du alles liegen und als zum hafen das ist unsere beste gelegenheit die brücke zu überqueren danke papa katja und nastia werden so dankbar sein ja Artyom das ist ein trennschalter für die motordreißhine ohne den fährt sie nicht sie ist ein echtes Schätzchen das steht fest wie das Amen in der Kirche sind zur Hölle und zurückgefahren sie und ich wir haben so viele Sachen gezogen sie hat mich so oft aus dem Schlamassel geholt wenn du zum Terminal gehen wirst hör mir gut zu Artyom es ist ganz schön weit bis dorthin aber wenn du nachts gehst ist die Gefahr geringer auf Banditen zu stoßen während es dunkel ist bleiben sie in ihrem Lager aber es wird trotzdem nicht leicht da dann mehr Tiere unterwegs sind und außerdem gibt es Elektroanomalie die Fanatiker nennen sie Dämonen der Elektrizität also solltest du deine Möglichkeiten abwägen bevor du aufbrichst Artyom Duke ist in dieser Gegend im Einsatz er behält die Brücke im Auge der Empfang ist dort schlecht wir kriegen nur Rauschen von ihm wie auch immer wenn du ihn triffst dann berichte ihm von der aktuellen Situation am Terminal ich wette du hast dich mit Anna und Stefan verschworen hey die beiden liegen mir ebenso am Herzen wie dir aber wir wissen nicht ob das was vor uns liegt besser ist als die Fanatiker tja wir werden es wohl abtarten müssen und es war mir klar dass ich wieder raus muss naja dann machen wir doch mal ich brauche allerdings noch Munition haben wir einen Munitionsschrank oder so süß ne mit drei Kugeln mache ich nicht viel ich würde ja gerne mal raus ich kann Munitions... wo? so ich brauche Munition vor allen Dingen ja ja die Waffen die du findest bewahre ich Musterexemplare auf du kannst sie jederzeit auswechseln immer im Bestzustand und glänzen wie neu dann musst du allerdings wieder alle Ergänzungen anbauen über kurz oder lang mache ich aus euch alle noch kompetente Waffenschmiede hör zu ich habe etwas für dein Tier du kannst es an der Werkbank montieren naja zumindest habe ich Munition jetzt gut danke uns nicht bevor nicht alles geregelt ist es hängt jetzt alles von Artyom ab also wünschen Glückwunsch ja dann müssen wir mal los also gut das heißt wir müssen uns umdrehen eigentlich nach vorne ja ich tue mein bestes kann doch die versprechen ja das sind ja gute Nachrichten weißt du ich hatte nicht einmal Angst als ich stürzte weil ich wusste dass du sowieso kommen und mich retten würdest danke mein Liebling jetzt geh na gut ach wie gesagt ich kann doch nicht versprechen ja das weiß ich warte weil ich guck gerade weil ich äh links ja mein Spielvollschritt speichern das wissen wir da dauert das jetzt wieder einen Moment ja ok der speichert sowieso nein nein eine Sache noch aus diesem Turm habe ich eine Gitarre gehört sie hat einen schönen Klang aber der Spieler einfach grauenhaft ich weiß das ist gefährlich und so aber und weil sich die Gelegenheit bietet dann rette das Instrument hey was benutzt ihr unsere Hauptfrequenz für solchen Tratsch er hat einen Auftrag überschüttet ihn doch nicht mit dieser Scheiße oh Herr Oberste wir sind bereits fertig ich bin viel zu nett zu euch ok ok weiter machen Ende und aus ok dann also da weiter dann fern Artyom Mila hier ich schicke jetzt die Koordinaten von Duke und der im Auge ich treffe dich mit er wird sich aber die aktuelle Lage in der entzündung Mila Nächste runter! Ach du hauab! Warum immer so hässliche F***er verpissig bei mir? Äh, okay, das war nicht gut. Hm, okay. Hm. Hm. Es taur, das ist ja mit ihm, ich aislang mal, abat. Hm. 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 Jetzt muss ich mich da wieder runter bringen, ja, weil sie Katzen bieten. Ja. Geh. Eine Sache noch. Aus diesem Turm habe ich eine Gitarre gehört. Sie hat einen schönen Klang, aber der Spieler... Ach so, weil ich ja aus Atem bin oder so. Gefährlich und so, aber... Falls sich die Gelegenheit bietet, dann rette das Instrument. Hey, was benutzt ihr unsere Hauptfrequenz für solchen Tratsch? Er hat einen Auftrag! Überschüttet ihn doch nicht mit dieser Scheiße! Hm. Oh, Herr Oberste! Wir sind bereits fertig! Ich bin viel zu nett zu euch! Okay, weitermachen! Ende und aus! Warum muss ich mal alleine gehen? Ich lasse die Viecher auch mal jetzt gerade in Ruhe, vielleicht... ... ... ... Oh, vielleicht hat das noch ein bisschen was geklappt. Moment, eigentlich müssen wir nur andersrum wieder zurück oder was? Oh, da ist das Schiff da. Oder was wollt ihr denn? An Amerika-Vision? Oh. 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 Duke. Stimmt, deswegen. Servus. Hast mich nicht gesehen, hm? Die anderen auch nicht. Ich bin jetzt Teil der Landschaft. Ich habe gehört, dass du wegen einer Motortrezine zum Terminal willst. Dann hör mal zu. Ins Terminal kommt man nur übers Wasser. Zum Glück gibt es nebenan eine Anlegestelle mit einem Boot. Wurde offenbar von den Fanatikern zurückgelassen. Drinnen sind nur diese Tier-Mensch-Mutanten, so scheint es. Okay. Siehst du diese Tankstelle? Sie ist ein Banditenversteck. Sie überfallen die Fanatiker. Diese Typen scheinen vom Terminal wie Fliegen von Du weißt schon was angezogen zu werden. Die Banditen haben während meiner Wache drei von ihnen gefahren. Jetzt zieh dir dieses Gebäude da an. Dort halten die Banditen ihre Geiseln zur Lösegelddepressung gefangen. Die armen Kerle müssen richtig leiden. Ich habe den Oberst dreimal um Erlaubnis gebeten, da reinzugehen, aber keine Chance. Ich verstehe das ja auch, aber Normalbürger habe ich immer verschuften wie diesen beschützt. Daher ist es für mich schwierig, die Füße stillzuhalten. Naja. Siehst du diese Ruinen? Dort ist auch ein Banditenlager. Sie haben Scharfschützen. Ich habe auf dem Dach mindestens eine Zieloptik auf Blitzen sehen. Daher würde ich keinen offenen Angriff empfehlen. Die Brücke ist komplett abgeriegelt. Die bewaffneten Leute dort zeigen sich nie. Sie rechnen definitiv mit einem Angriff von uns. Daher müssen wir uns im Moment um sie keine Gedanken machen. Okay. Hey, es ist deine Entscheidung, wann du aufbrichst. Aber im Dunkeln sollten die Banditen leichter zu meiden sein. Ich gehe auf jeden Fall auf meinen Posten zurück. Na gut. Gut, dann haben wir das auch so. Boah, steh mir doch nicht im Weg, oh nicht. So. Okay, dann lassen wir das auch immer sein. Viel Erfolg! Dankeschön. Ich dachte, das ist diese Elektroanomalie hier unten, ne? Dann lassen wir das auch sein. Wie gesagt, wir lassen die Viecher... Einfach mal erleben. An Ruhe. Mal kam ich da zu Fuß. Oh, das wäre cool. Warte mal. Ne, wir müssen... Also. Einer ist Laufen. Doch, eigentlich in die Richtung irgendwie. Ich vermute, es war da hinten. Ich wollte eigentlich Elektroanomalie ausweichen. Da sind wir nicht rein. Oh, das ist das für Ding. Oh. Oh, das ist... Häh! Sind wir überhaupt richtig? Ja, wir müssen irgendwie da in die Richtung, ne? Okay. Das ist ein Ticken zu weit, Moment. So, dann müssen wir da irgendwie weiter. Boah, Alter. Interessantes Setting, Alter. Ich feiere das gerade, aber es macht mir schon tatsächlich ein bisschen Angst. Alter, seht ihr das? Boah, Alter. Ich habe mir das Spiel tatsächlich... Deutlich anders vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ja, das muss irgendwie rechts sein oder so, ne? Ja, das müssen wir hier durch, irgendwie... Oh, Alter. So, jetzt kann man... Dann komm. Ja. Jawohl. So, wir sollten hier nicht sein. Na, die Frage ist, ob das hier wirklich gut ausgeht für uns und alles drum und dran. Oder ob wir hier tatsächlich unsere letzte Reise angehen. Das erfahren wir in der nächsten Folge bei Let's Play Metro Exodus. ut. Das war's. Das war's.